... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Nichts als Feiglinge, verraten Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Klingelanität ist doch kein Schmäusch des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärakademie nur verhindert! Es hat mich gegeben, nur als Fischpickenwiderstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut herangetan, von Jahren alle Höhrenoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich bewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich locke mir rein, dass ich meine increduline, einfach mal das ist, 근데 bei mir bin ich gewaltig! Nach der Reise